Ah, lustig. Und wie immer werde ich danach eine Aufnahmepause machen. Ja, das werde ich tun. Puschelsfestung. Oh, Puschel. Oh, oh. Ja, wir kennen diese Viecher. Als kleines Mädchen habe ich sie gehasst. Ich hatte so Angst vor ihnen. Wow, das habe ich ja voll vergessen. Oh Gott. Du schaffst es. Die rote Münze haben wir nicht gekriegt. Aber das ist jetzt. Versteht ihr, warum ich Angst hatte? Boah, habe ich das vergessen, ey. Jetzt bauen wir ein Treppchen. Danke. Ich habe mich so erschrocken. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Noch eine Treppe, bitte. Danke. Kommt hier was raus? Nein, wir können hier nur rein. Und wo kommen wir hin? Hallo. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Es ist so scheiße. Hallo. Na, grüßte wohl. Na. Gut. Dann hier und... Wapp. Ich wollte erst den Kollegen hier mal treffen. So. Guten Tag. Mhm. Ah. Treffen. 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 Verdammt. Hey, die kann man ja wegschlagen. Ach, egal. Hauptsache, wir haben keine Eier mehr. Na, 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 na. Na, 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 na. Da unten gehe ich bestimmt nicht rein, oder? Wapp. Hi. Blablabla blub. Bladiblablabla blub. Bubila. Gut. Hätten wir Missverständnisse aus dem Weg geräumt. Welche Tür nehme ich denn jetzt? Ich nehme die. Hi. Ich wollte nicht runter. Ich wollte nur... Und was hat das jetzt gebracht? Hey, ich habe einen Schlüssel. Das hat es wahrscheinlich wohl gebracht. Ey, da bin ich ja direkt in die richtige Tür gegangen. Rein da. Ich habe jetzt gerade keine Lust, die anderen Räume zu durchsuchen nach irgendwas. Halte ich im Moment für unwichtig. Wir wollen uns ja nicht ewig hier aufhalten. Könnte etwas langweilig werden. Jetzt komm her, du kleiner Stinker. Sternchen. Habe ich es doch gewusst. Ich brauche noch einen Schlüssel. Okay, wir müssen doch die anderen Räume durchsuchen. Blablabla. Ich halte schon meine Klappe. Gut, wir sind nach unten reich gegangen. Also gehen wir jetzt nach unten links. Oh Gott, Lava. Schlechtes Indiz. Ich will es nicht wissen. Okay, Eier. Eier auf Vorrat, bitte. Oh Gott. Wapp. Ja, sehr schön. Gut gemacht, Nudel. Sehr gut. Applaus. Ihr seht mich jetzt. Also wenn ihr euch mich vorstellen würdet, würdet ihr mich mit einem Schild sehen, wo Applaus draufsteht. Aber wir sind ja jetzt hier. Und brauchen einen Schlüssel. Nö. Auf ein neues. Mit Safe State, würde ich sagen. Nein, ich schiete nicht. Wie kommt ihr denn darauf? Ich pausiere quasi nur und wiederhole. Das ist wie, als wenn ich zur selben Stelle nochmal gehen würde, nur dass ihr es nicht seht. Ja, ihr seht es nicht. Aber ich mache es eigentlich nicht. So. Oh mein Gott. Ihr seid doch alle bekloppt. Aber so richtig. Also jetzt nicht ihr, meine Abonnenten, meine tollen Fans. Und nicht Fans vielleicht. Aber. Ich habe vergessen, wie der Anfang des Satzes war. Egal. Mhm, mhm, mhm. Here I go. Na. Machen wir es uns einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Hallo du da unten. Bist du irre? Ich glaube, ich habe sie gekriegt. Hallo. Na. Ach, war das... Das war schlau von mir. Und einen Schlüssel haben wir gekriegt. Und ich wette, wir kriegen noch viele Schlüssel. Also wir müssen, glaube ich, so oder so noch in die anderen Gänge rein. Da führt kein Weg dran vorbei. Denke ich. Nun gut. Mal sehen, was uns hier erwartet. Seht ihr diese brüchige Wand? Sie muss zerstört werden. Sie muss zerstört werden. Aber sowas von. Alles muss zerstört werden. Zerstörung. Ich habe Angst. Du. Wee. Wee. Penner. Komm her, Mario. Lass dich nicht einschüchtern. Denk dran, du hast eine grandiose, glänzende Zukunft als Klempner vor dir. Hallo. Blub, blub, blub. So. Da, 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 da. Da, 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 da. Und da, da, da. Den Gesellen möchte ich lieber nicht begegnen. Ah, sehr schön. Und das werden wir auch nicht. Ich hole mal noch ein paar Eier. So. Wee. Meine Nase juckt. Gut. Gut, dass man nur eine Hand zum Springen braucht. Da, da, da. So. Oha. Mal sehen. Was haben wir denn da drin? Nichts. Was haben wir denn hier unten? Ich habe ein bisschen Angst nachzugucken. Okay. Huch. Hallo. Du tust mir nichts. Du tust mir auch nichts, weil ich dich gar nicht treffe. So. Dann. Hier wieder. Wieder hoch. Hä? Hätten die jetzt nicht kollidieren müssen? Keiner aus der anderen Richtung? Das ist wunderbar. Ha. Das hast du dir wohl so gedacht. Ich wollte jetzt nicht wieder hoch. Waa. Mami. Nein. 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 Komm wieder her. So. Gib mir das. Ach. Oh oh. Hi. Na. Bist du doof? 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 Hast du sie noch alle? Du. Äh. Penner. So. Ich hasse die Viecher. Ich hasse euch alle. Oh. Und das ist der Unkaputtbare da. Der Kleine. Ja. Der ist unkaputtbar. Aber der hat ne... Ach ne. Der ist doch nicht unkaputtbar. Aber der hatte ne rote Münze über sich schweben. Deswegen dachte ich jetzt so... Also... Der hatte ne andere Farbe, Mann. Wey. Hi. Kack auf die Eier? Hahaha. Oh. Hätte ich nicht sagen sollen. Ich brauch die Eier doch. Hahaha. Hallo. Da, 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 da. Haha. Das hast du dir aber so gedacht. Na, da, 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 da. So. Bloß raus hier. Dann haben wir nur noch eine Tür zu erledigen. Und das ist die oben links. Hallöchen. Und ich gehe erst einen Schlüssel wegbringen? Tue ich das? Nein. Wer braucht schon einen Schlüssel? Ja, ich. Anscheinend. So. Hi. 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 Ich wollte nur Hallo sagen. Verdammt. Verdammt. Hallo. Ich kann keine Schlüssel mehr bei mir tragen, würde ich sagen. Keine Eier. Na. Du bist mir nicht geheuer. Aber ich will trotzdem da lang. Mal sehen, was wir hier drin haben. Ach, wir können doch einfach drauf springen. Whee. Sternchen. Damit haben wir 30. Was haben wir hier drüben? Alter. Alter. Bist du doof? Haben wir die Frage schon mal geklärt? Kann man dich nicht... Kann man... Nein, wohl nicht. Dann will ich einfach hier oben lang. Ich habe keine Eier mehr. Die habe ich oft nicht. Nee. 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 Nein. Komm mal wieder zurück. Und jetzt will ich dich hier haben. So. Jetzt hilf mir. Bist du denn nur doof? Bist du... Bist du... Komm her. So. Ja. Nein. So. Nein. Sag mal. Blödes kleines Ding. Da. So, bitte. Ja. Das sieht ja schon besser aus. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wie kann man sagen. Da. Hä. 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 Schlüssel Nummer 4. Einfach raus hier. Schnell, 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 schnell. Kommen wir wieder? Ja. Gut. Dann haben wir jetzt 4 Schlüssel. Nein, wir haben 3 Schlüssel. Für 1 Schlüssel haben wir schon benutzt. Äh. Gut. Wir kommen Puschel immer näher. Und wir werden ihn den Arsch aufreißen. Ja. Langsam drehe ich am Rad. Ach, seid ihr ja gewohnt. Dat seid ihr gewohnt. Guten Tag. Schlüssel. Sehr sinnvoller Raum. Hihi. Hihi. Ah. Gefährlicher Raum. Hallo. Ha ha ha. Oh. Ach ja, wir haben ja die Schlüssel nicht mehr bei uns. Speichern. Da ist auch schon der Boss. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben eh nicht alles. Hups. Das hat's jetzt vollgebracht. Ach, diese Musik. Ich liebe sie. Hallo, Puschel. Hi, Kamek. Du, kleiner Wicht. Puschel wird dich platzstampfen. Du wirst danach aussehen, als ob dich eine Dampfwalze erwischt hat. Alles klar, Kamek. Wie immer. Du, 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 du. Feenstaub. Das kann nur bedeuten, dass Kamek schwul ist. Hi. Wie besiege ich dich? Erzähl mir das mal. Muss ich einfach auf dich draufspringen? Oh. Die teilen sich ja. Hi. Hi. Das ist ja einfach. Ich krieg euch alle. Vor allem dich. Jetzt bräuchte ich nur noch runterschlucken. Die Musik ist immer... Tolle Stellung. Die Musik ist immer total episch. Und dann sind das nur solche Fatsen-Gegner. Naja. Aber er war toll. Gut. Das heißt, wir nähern uns mal wieder dem Ende dieser Folge. 88 Punkte. Hey, mein Geburtsjahr. Gut. Dann geht es das nächste Mal weiter mit einem süßen, lilanen Yoshi. Einem Stein als Titelbild. Und in Welt 4 Level 5. Bis dann. Ciao.